In diesem Video vergleichen wir das Genitiv-Objekt mit dem Genitiv-Attribut. Beginnen wir mit dem Genitiv-Objekt. Das Genitiv-Objekt steht im zweiten Fall und kann deshalb mit der Frage wessen erfragt werden. Und es ist ein notwendiges Satzglied. Das bedeutet, dass es dieses Satzglied braucht, damit der Satz vollständig ist. Wie alle Objekte, so wird auch das Genitiv-Objekt vom Prädikat verlangt und es hängt vom Prädikat auch ab. Prädikate oder Verben, die den zweiten Fall verlangen, davon gibt es nicht so viele. Hier findet ihr einige aufgezählt. Schauen wir uns mal einen Beispielsatz an. Der Direktor enthielt sich der Stimme. Wessen enthielt er sich der Stimme? Das ist also das Genitiv-Objekt und es wird verlangt vom Prädikat sich enthalten, weil dieses Verb den Genitiv verlangt. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, nämlich dass es von einem Adjektiv verlangt wird. Dazu dieser Beispielsatz. Die Lehrerin ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Wessen ist es sich bewusst ihrer Verantwortung? Das ist auch ein Genitiv-Objekt, aber diesmal abhängig vom Adjektiv bewusst. Das Genitiv-Attribut steht natürlich auch im zweiten Fall und kann deshalb mit der Frage wessen erfragt werden. Aber es ist eine freie Beifügung. Das bedeutet, dass der Satz auch vollständig ist, wenn man das Genitiv-Attribut weg lässt. Wie für alle Attribute, so gilt auch für das Genitiv-Attribut, dass es nur ein Teil von einem Satzglied ist und nicht ein selbstständiges, vollständiges Satzglied. Schauen wir uns auch hier einen Beispielsatz an. Die Erledigung der Sommeraufgabe ist freiwillig. Wessen Erledigung ist freiwillig der Sommeraufgabe? Hier bezieht sich der Sommeraufgabe auf die Erledigung, auf das Nomen. Und deshalb ist es ein Genitiv-Attribut. Und es ist nur ein Teil von einem Satzglied, nämlich in diesem Fall von einem Subjekt. Die Erledigung der Sommeraufgabe. Als nächstes vergleichen wir die beiden, also Genitiv-Objekt versus Genitiv-Attribut. Beginnen wir mit einem Beispielsatz. Der Nachbar beschuldigt ihn des Diebstahls. Wessen beschuldigt er ihn des Diebstahls? Das hängt vom Prädikat beschuldigt ihn ab und ist deshalb ein Genitiv-Objekt. Des Diebstahls kann ich verschieben, wenn ich die Verschiebeprobe mache. Des Diebstahls beschuldigt ihn der Nachbar oder ihn beschuldigt des Diebstahls der Nachbar. Also ist das ein eigenständiges, vollständiges Satzglied. Beim Satz die Ausführung des Diebstahls war gut geplant, kann ich die Frage stellen, wessen Ausführung war gut geplant des Diebstahls? Hier bezieht sich des Diebstahls auf ein Nomen und deshalb ist es ein Genitiv-Attribut. Wenn ich die Verschiebeprobe mache, dann muss ich das ganze Satzglied verschieben und ich kann nicht des Diebstahls allein verschieben. Des Diebstahls war die Ausführung gut geplant, das geht nicht. Also ist des Diebstahls in diesem Falle nur Teil eines Satzgliedes, also Attribut. Und zuletzt noch einmal kurz zusammengefasst die Unterschiede zwischen Genitiv-Objekt und Genitiv-Attribut. Das Genitiv-Objekt ist ein notwendiges Satzglied, es ist ein eigenständiges Satzglied, es ist vom Prädikat abhängig und es ist sehr selten. Es wird meistens nur im schriftlichen Ausdruck gebraucht. Das Genitiv-Attribut hingegen ist frei, das bedeutet, es ist nicht notwendig und muss nicht dastehen. Es ist ein Satzglied Teil und vom Nomen abhängig und es kommt sehr häufig vor, im Gegensatz zum Genitiv-Objekt. Das Genitiv-Objekt